Auch im Jahr 2017 bereitet das Armin-Wolf-Lauf-Team zwei Grundschulklassen der Kreuzschule Regensburg auf den Neutraublinger Seelauf vor. In jeweils vier Stunden des Sportunterrichts versuchen Trainer und ostbayerische Sportpromis, Koordination und Kondition der Kinder zu verbessern. In der ersten Trainingseinheit waren der Kapitän des SSV Jan Regensburg, Oliver Hain, und der Vizeweltmeister im Nordic Walking, Wolfgang Scholz, mit dabei. Holly Zimmermann sorgte für das Aufwärmprogramm und dann wurde gedehnt. Mit Feuereifer wurde gesprungen und die Beweglichkeit geschult. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei der Reise nach Jerusalem mussten sich die Kinder auf Kommando möglichst schnell einen Reifen suchen. Wer es nicht schaffte, für den gab es Zusatzübungen. Musik Musik ist auf! Musik ist auf! Okay, dreimal Handballmann. Eins, zwei, jawoll, Gertrud, super. Drei, das reicht. Und weiter geht's, wieder raus. Nach Atemübungen mit Oliver Hain ging's zum Stationentraining. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Anschließend stand harte Konditionsarbeit auf dem Programm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schulleiterin Beate Müller über die Freude der Kinder. Die Klasse, die das letzte Jahr schon mitgemacht hat, das war die Klasse 2A, die war natürlich schon hoch motiviert, waren im Klassenzimmer kaum zu halten, weil sie zum armen Wolf runter wollten und da unbedingt mit turnen wollten. Die anderen haben nicht gewusst, was erwartet sie und die waren natürlich noch etwas ruhiger, aber ich bin mir sicher, beim nächsten Mal sind sie genauso motiviert, waren sie ja trotzdem, aber da sind sie dann genauso, wie sie sonst auch sind, sind nämlich sehr lebendig. ready? Ein, zwei, drei, kreuz, schäufe! Amen! Bis zum nächsten Mal.